hallo liebe leute schön dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen folge sunken land ja in dieser folge geht es jetzt weiter mit dem ausbau unserer basis und ja ich würde sagen wir gehen jetzt erst mal hier hinten wieder hin zu diesen ruinen die dort unter wasser sind und dort sammeln wir dann jetzt metall und allerlei andere materialien zusammen einmal dort hinter schwimmen hier können wir auch noch mal gucken aber ich glaube hier ist nichts mehr ja ich glaube hier bei dem gebäude sind wir in der letzten folge schon gewesen so haben wir rüber und wir wissen auf jeden fall aufpassen vor angriffen denn in der letzten folge kam ja auch unser allererster angriff hat denn wir abwehren mussten bei unserer basis ganz zum schluss ich hoffe auf jeden fall dass sowas jetzt nicht noch mal in dieser folge geschieht gut und ich muss mal ganz kurz hier noch was ändern so gut und jetzt ab in die tiefe und jetzt schön den ganzen metallschrottkram hier mitnehmen das hier einmal kaputt hauen jawohl das gibt holzplanken wir müssen dann gleich wieder auftauchen dort vorne gibt es dann gleich auf jeden fall noch ein bauplan schön da freue ich mich gleich drauf ja und auch mal sehen wann wir dann mal so unsere erste schusswaffe haben da bin ich auch schon sehr gespannt drauf das gibt aber hier gerade richtig gut metall alter richtig gut metall hat das jetzt gerade gegeben und auf jeden fall ist das gerade ein anderer ort als wie wo wir in der letzten folge waren ich dachte eigentlich hier werden wieder diese vielen gebäude und so aber nee das ist eine komplett andere stelle gerade hier ist aber auch gar nicht so schlimm okay und wir haben jetzt ein pflanzengefäß bauplan hier erhalten sehr schön so jetzt geht das mal wieder hoch schön luft schnappen dort unten kann ich glaube ich nicht rein das sieht dicht aus aber wir können hier hinten schauen als nächstes ja das sieht doch schon wieder gut aus so wir machen uns auf jeden fall jetzt schön voll mit metall hier ui hier nehmen wir mal alles mit ja vor allem die konservendose kann ich auch gebrauchen weil wir haben ja auch bald wieder hunger und worum ich mich auch noch kümmern muss ist meine gesundheit denn wir sind auf jeden fall nicht ganz voll was das betrifft und ich habe auf jeden fall nicht vor drauf zu gehen in nächster zeit komm schon schnell das hier noch kaputt hauen und danach nach oben ganz fix da drüben sehe ich noch ein interessantes gebäude das würde ich mir mal noch vornehmen und danach denke ich erstmal zurück machen wieder mal ganz kurz was gucken das ist unsere insel hier waren wir in der letzten folge hier die apartments wo das hat das ja was müsste schon das gewesen sein ja ok da können wir dann später auch noch mal hingucken da drüben da müssen wir jetzt gleich mal vorsichtig sein also eins ist sicher ja ich glaube wenn jetzt ein kampf hier kommen würde also wenn ich mich jetzt irgendwie in einen kampf oder so rein wage dann war es das glaube ich für mich also ich glaube das würde ich nicht überstehen jawohl wieder jede menge metall und hier drin in dem gebäude gibt es scheinbar auch wieder einen bauplan da bin ich ja mal gespannt was wir dann dort für einen haben ich muss erstmal davor noch mal hochtagen glaube ich hier drin ist scheinbar sehr sehr viel zu mitnehmen so luft ist wieder voll jetzt einmal schnell runter mal sehen wann wir dann auch wieder komplett voll sind so was das inventar betrifft da kann natürlich auch sein dass ich gleich gar nicht mal mehr mitnehmen kann perfekt da unten ist der bauplan okay der ist ganz hier in der tiefe tiefe ich komme gleich zu dir ich muss aber erstmal auftauchen so luft schnappen und jetzt auf in die tiefe so wo war die kleine spalte hier ist die felsspalte hier einmal so zwischendurch und hier ist der bauplan kann ich die tür da drüben links noch mit öffnen ui ein bauplan für eine armbrust sehr cool das kriege ich jetzt nicht so schnell kaputt na super das kriege ich gleich noch schaden das gefällt mir jetzt gar nicht warum hat das denn jetzt nicht geklappt mit der tür dort ich meine bei der tür war ja das symbol mit der axt und so dass man die schampe zerstören kann aber irgendwie ging sie nicht vielleicht brauchen wir dort eine stärkere axt oder so i don't know aber so schlimm ist es auch nicht wenn wir das ding dort jetzt einfach mal auslassen wir haben bisher eh schon gute beute gemacht und damit können wir dann auch eigentlich jetzt erstmal zurückkehren zu unserer basis würde ich meinen komm tauch auf sehr gut so wo ist unsere insel das ist dort vorne ja gut ganz kurz mal ins inventar gucken ja hier sehen wir es doch schon ja wir sind so gut wie voll eigentlich das ist doch wunderbar ja und sowieso was unserer basis betrifft ich denke wir werden in zukunft das mal so machen dass wir ganz hoch bauen und auf diesen felsen der dort ist also den wir dort sehen dieser ganz große hier der vor unserer nase so ist dass wir da irgendwie das so machen mit fundamenten so mit einer treppe oder einer leiter ja und dass man dort ganz oben dann lebt weil ich glaube dort wäre man nämlich gut sicher ja so vor feinden und so wenn man es schön baut so das hat wirklich kaum was da hoch kommt ja und auf jeden fall haben wir jetzt gerade ein problem mit kälte jetzt guck ich mal ganz kurz hier in die kiste rein ja dort sind die wertsachen und sowas drin hm gut ich tue jetzt erstmal was kleines essen bam so das einmal schön in meinen kleinen schlund reingeschmissen ohi und wir könnten die armbrust eigentlich bauen okay das sollten wir denke ich einmal tun und ein paar bolzen direkt auch noch eigentlich wollte ich jetzt jede menge wände machen und so aber ja da das geht ja muss es eigentlich sein ja ist halt wichtig auch dass wir jetzt erstmal eine waffe mal noch so haben ja sehr schön dass wir jetzt eine schusswaffe haben mhm das freut mich jetzt wirklich extremst aber klar viel bauen können wir dann jetzt nicht mehr mit dem restlichen materialien ist zwar auch schade aber ja mal kurz gucken diesbezüglich wie viel ich da jetzt hier noch bauen kann hm vielleicht sollten wir auch erstmal gucken dass wir hier unten noch solche barrikaden machen bevor wir weiter bauen hier oben in den wänden wäre vielleicht auch nicht verkehrt ja dann habe ich hier unten auch solche barrikaden noch mit hin mir ist es auch recht egal aus was für materialien die so sind hauptsache ich habe hier unten auch mal mehr materialien äh mehr solche schutzdinger hier so komm lass dich bitte hier heransetzen ja geht nicht so einfach wegen den wellen noch mehr dazu hier gerade komm schon komm schon und diese frost anzeige hier macht es gerade auch nicht einfacher das aber jetzt habe ich zweimal ineinander so gesetzt oder ja sieht so aus naja nicht schlimm ist jetzt nicht weiter schlimm gut hier rum auch noch mal so kurz gut jetzt auf an land wieder gut hier ganz fix das holz eintüten ich lege noch mal ein bisschen holz rein zufällig jetzt gerade rum da sehe ich jetzt gerade leider nichts ich tue glaube ich jetzt einfach noch mal schlafen ja so jetzt habe ich zwar ein bisschen gesundheit dadurch verloren ist aber jetzt mal nicht so schlimm ja ich haue mir noch mal kurz was zu essen rein das heilt mich immerhin auch noch mal mit und dann müssen wir jetzt gleich einfach gucken dass wir wieder ein bisschen neues Zeug dahingehend finden das haue ich mal nachher runter auf den slot dann habe ich hier wieder einen platz frei so sehr gut metallschrott leder holzkohle ui ja ok ich brauche dringend auch noch mal eine zweite kiste gut gehen wir jetzt erstmal wieder looten nahrung brauchen wir nämlich auch aber moment bevor wir wieder looten gehen ich will erst noch mal ganz fix hingen gucken wie das jetzt aussieht mit den stachel dingern dort die wieder platziert haben jawoll und hier gibt es gerade auch noch mal jede Menge holz das freut mich auch und auf jeden fall ist ein zukünftiger plan dass wir diese stachel dinge und auch wände ziehen ringsherum um die gesamte insel das ist ein zukünftiger plan so von mir aber jetzt so aktuell will ich erst mal wenigstens diese dinge hier um den felsen so herum haben um den hier einfach damit hier nichts so einfach an die fundamente rankommt so jetzt kann ich hier noch so eine barrikade mit hinsetzen die haben wir hier so ran sehr gut hier kann dann auch noch mal eine hin ja dann hier hinten noch so herum ziehen das ganze mal sehen vielleicht kann ich jetzt noch ganz fix was platzieren liegen hier noch mal ein paar planken rum ich glaube ich werde jetzt nicht so viele hier noch mal finden wie hier benötigt werden das zeug muss erst neu spawnen wieder hier gut dann gucken wir jetzt mal wo ist das wo ich hin möchte ich glaube hier drüben hm da drüber machen wir jetzt aber wenn ich nämlich jetzt hier so gucke von der orientierung her hier oben sind diese apartments ja hier ist ein dorf dort sind wir eben gewesen hm wir machen hier rüber denke ich das dort unten sieht aber auch interessant aus mit dem großen gebäude dort ok und was schade ist ist dass die armbrust unter wasser nicht verwendet werden kann aber dahingehend glaube ich ja sowieso dass es da dann auch noch was gibt wie eine Harpune oder so irgendwas was so in die richtung geht wird es da bestimmt blitz bald noch geben gut einmal hier vorschwimmen gut einmal hier vorschwimmen gut einmal hier vorschwimmen dort gehen wir looten da können wir dann die schönen großen gebäude einmal alle schön durchsuchen da unten sehe ich auch schon metall ja ich hätte bisschen später untertauchen sollen ah Moment ja ich muss schon wieder hoch ich bin viel zu zeitig unter wasser jetzt gegangen gerade schon so einmal auftauchen und an alle storyletsplay freunde hier auf meinem kanal demnächst gibt es natürlich auch wieder storyletsplays das auch mal noch so als kleine info am rande weil jetzt momentan kommt ja sehr sehr viel survival hier auf dem kanal das wird sich aber auch bald wieder ändern also da kommen dann auch wieder ein paar story games so parallel unter anderem jetzt demnächst schon stellar plate das wollte ich einfach mal noch so loswerden ja weil jetzt in letzter zeit kam ja wirklich so viel nightingale, winter survival, sunkenland und das ist ja alles so survival so survival zeugs aber leider muss ich ja sowieso sagen ja dieses jahr story spiele mäßig kam da noch nicht so viel geiles raus das ist mein persönliches empfinden wenn wir jetzt wirklich denken so an reine single player sachen mit einer schönen festen story also da gab es wirklich noch nicht so viele sachen jetzt in diesem jahr aber spiele mäßig bin ich ja auch sowieso immer offen für vorschläge also da auch mal so eine kleine sache an euch gerichtet ja haut gerne auch da spiele vorschläge mal in die kommentare also story spiele vorschläge aber ihr könnt auch gerne multiplayer und survival sachen mit rein nehmen am liebsten wäre es mir nur sachen die noch nicht erschienen sind die erst bald raus kommen aber wenn der eine oder andere sagt jetzt zum beispiel hey guck dir doch mal beispiel sons of the forest an ja da bin ich da auch offen für solche vorschläge warum sage ich sons of the forest direkt als beispiel ja das steht sowieso noch als projekt an auf dem kanal das ist schon länger geplant ursprünglich wollte ich daher auf die playstation version warten weil ich halt den ersten teil auf der playstation gespielt hatte so jetzt muss ich ganz schnell nach oben und wenn ich das richtig gesehen habe haben wir gerade eine neue hose gefunden da will ich mal direkt gucken ob die hose gut ist von den werten her naja ok da hat meine aktuelle einrüstungspunkt mehr da lohnt sich das eigentlich gar nicht die dort zu behalten mal sehen so gucken wir mal hier rein auf jeden fall brauchen wir auch ganz dringend wieder bisschen was zu essen das wäre ja ganz gut ja wieder was zu essen wäre toll besser wäre es dahingehend natürlich wenn ich schon eigene sachen anpflanzen könnte weil ich würde ja gerne mehrere beete so platzieren und dann erdbeeren und sowas anpflanzen zusammen habe ich ja dafür schon parat gut das hier drin sieht gut aus da haben wir gleich noch mal jede menge kram vor allem glas haben wir jetzt auch gerade gefunden sehr schön komm einmal wieder abtauchen da drüben das gebäude hat auch noch jede menge zeug was wir uns dann holen können da hilfe ich hänge ein bisschen fest jetzt hier rüber ganz schnell ok wir müssen schon wieder nach oben ja wird auch bald zeit dass wir dringend dann irgendwas noch haben wie so taucherausrüstung damit wir länger unter wasser bleiben können manchmal sagen es ist bisschen nervig wenn man jedes mal wieder auftauchen muss aber nun gut jetzt gerade muss es halt noch so sein aber hey immerhin macht unsere basis immer mehr fortschritt her mit dem ganzen metall ja und dann gleich wenn wir beim lager sind bauen wir dann erstmal noch das mit diesen stachel dingern komplett zu ende und was denn das da drüben das ist wie eine art schiff da würde ich auch gerne mal noch vorbeischauen und was mir auf jeden fall auch immer wieder auffällt ist die tage gehen in diesem spiel scheinbar echt schnell rum weil es wird nämlich jetzt gerade schon wieder dunkel also meine güte geht ihren tag fix rum das finde ich wirklich extrem schnell so abtauchen hier drüben noch ran oh hier ist lauter neue kleidung das überfordert mich jetzt gerade ich bin voll ich bin voll no wow okay ich glaube wir tun die schlechte kleidung jetzt einfach raushauen oder ich denke das wäre wohl die beste wahl gut lebe wohl meine cargo hose werde ich vermissen aber ich habe wirklich keinen platz ja der diamantenring ist glaube ich dann gut was wert den ich hier auch noch jetzt mit erbeutet habe hilfe ich hänge fest ich bin durchs fenster nicht mit absicht ich bin durchs fenster nicht mit absicht komm schnell hier noch reingucken oh hilfe wir müssen schnell wieder hoch jetzt muss es schnell gehen jetzt muss es wirklich schnell gehen oh wir werden gesundheit verlieren ja schaffen wir nicht mehr oder doch ganz gut noch geschafft vom timing her so jetzt ist es mir wieder kalt jetzt muss ich ganz fix hier rein gucken wieder los ja und ich glaube die einen sachen von eben lassen wir jetzt einfach dort unten ich glaube wir gehen jetzt erstmal wieder ja ich glaube wir hauen jetzt erstmal wieder ab mit den materialien die wir jetzt abbeutet haben wie viel platz habe ich noch ja so ein letztes mal runter ging ja eigentlich schon noch gut dann los komm hier rüber so was waren das für sachen hier das ist die kleidung ja den bauplan den brauche ich den würde ich auf jeden fall mal mitnehmen noch ich komme gerade irgendwie nicht raus so dann hier lang gut den bauplan lesen wir jetzt direkt ob sich das jetzt gelohnt hat den zu holen ja weiß ich auch nicht aber ja deko will ich halt in zukunft halt auch haben aber bevor ich mich um deko kümmere ja will ich erstmal das andere fertig bekommen in der basis jetzt geht es noch ein bisschen tiefer los da unten ist noch mal metall ja und langsam kann ich wirklich überhaupt nichts mehr sehen also ich denke wir sollten jetzt gehen wo ist meine insel da vorne ne moment ich muss gerade gucken karte mal kurz raushauen in die richtung muss ich schwimmen ja da sehe ich meine insel schon ich habe gerade handschuhe auch noch gefunden sehe ich hier sehr schön jetzt hast du mitbekommen das ist doch super da freue ich mich über handschuhe freue ich mich wirklich sehr so gibt es jetzt schon wieder neue holzplatten hier mal sehen ja hier liegen wieder paar neue rum sehr toll jetzt gehe ich mal ganz kurz hier hoch jetzt muss ich mal ins baumenü reingucken und ich suche ne grill suche ich nicht feuer schale feuer schale hm lass uns die mal hier hin hauen so sehr gut jetzt gehe ich mal hier schlafen gut jetzt muss ich etwas trinken so getrunken haben wir was jetzt muss ich etwas mehr weiter gucken das erstmal hier rüber packen das kurz hier rein und das auch nochmal hier rüber dann gucken wir jetzt mal ganz kurz auf wir hier ein bisschen was bauen können ui hier sind pilze halt waren die pilze nicht schlecht ich weiß es gar nicht mehr ich glaube die pilze konnte ich nicht essen oder die hier liegen ja wenn ich mir die reinhaube kommt es schaden ok nicht toll ich war mir da halt nicht mehr so sicher weil die letzte folge liegt nämlich auch schon wieder an eine woche oder so zurück gut machen wir jetzt erstmal hier weiter mit den stacheldingern aber davor gucke ich mal noch ganz kurz ob hier drüben noch ein bisschen holz rumliegt ja hier zum beispiel wunderbar hier geht es weiter mit holz na hier drüben bitte nochmal was bitte 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 hier sehe ich doch was auch nicht das ist eine krabbe wäre schön wenn auch ein paar mehr erdbeeren hier jetzt rumliegen würden das würde wirklich helfen gut gehen wir mal ins baumenü rein und wo haben wir jetzt die sachen hier ja die bauen wir dann jetzt und in zukunft diese wände auch noch hier überall so 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 sieht dahingehend ja der plan aus jetzt das ganze hier so lang komm komm schon lass dich doch bitte hier so dran platzieren bisschen weiter vorne ja ja so hier passt das auch sehr gut so gefällt mir das hier dazwischen können wir das halt dann in zukunft noch stopfen und noch weitere dinge rein bauen ja wichtig ist erstmal dass es so grundsätzlich hier alles so sicher ist dass da nicht so einfach rankommt an die ganzen fundamente und so so das gefällt mir hier hier drüben nochmal was aus holz ran bauen sehr gut ja schön abgesichert das ganze hier jetzt wollte ich noch gucken wegen nein truhe nicht aber könnte man eigentlich auch noch mit in betracht ziehen ja sowas gleich nochmal mit hier hinzusetzen ach hier brauche ich seile das ist nicht toll ich wollte sowas gerne jetzt noch bauen wo waren denn die seile 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 die könnte ich doch dachte ich auch selber craften na finde ich jetzt nicht oder halt ich glaube hier waren die drin kurz gucken ja hier perfekt jetzt haben wir ein paar seile dann tun wir jetzt so ein fischernetz platzieren ich weiß nicht ob ich das hier direkt bei der basis machen soll oder lieber bisschen weiter draußen ja warum kann ich das hier nur so in der tiefe platzieren ich will das eigentlich schon hier oben so haben ja einfach mal hier hin hauen so ja ich muss sagen ich will eigentlich direkt noch eins kommt wir machen zwei direkt ein bisschen weiter drüben mal noch zwei das einfach noch so hinsetzen so damit wir halt dann jetzt auch so langsam erstmal so an Nahrung rankommen und hier habe ich das mit dem Beet das hier wäre natürlich auch erstmal nicht verkehrt Wasserreiniger ich glaube ich guck erstmal noch nach was anderem wir bauen wie bauen wir das ganze denn dann hier weiter so in zukunft ich muss mich mal kurz hier bisschen umschauen kurz sowas was wir hier haben so ein Pfeiler haben wir denn hier auch aus Metall ja hier das könnte man hier so an den Seiten platzieren und dann so eine zweite Etage hochziehen das ginge ich will mal was testen ob das funktioniert so hier das ganze und dann so eine Halbwand dazwischen mal kurz gucken das klappt tatsächlich so hier dann werden wir das so hier wohl weiter hier ausbauen ja so werden wir das glaube ich dann hier machen den Seiten die so zum Wasser zeigen also hier und hier dass wir dann hier so in Deckung gehen können und dann hier so runter feuern können in Zukunft das ist hier so mein Gedanke ich glaube das könnte richtig gut aussehen jetzt gucken wir mal noch was wir machen mit dem restlichen Holz ich denke da bauen wir einfach noch mal eine Kiste hier oben jetzt irgendwo hin oder doch noch das Beet mal kurz nachgucken hm ja das Beet haben wir doch noch jetzt irgendwo mit hin halt wenn ich ja hier dann noch eine zweite Etage baue wie sieht es dann aus mit Sonne weil die muss ja wahrscheinlich auch ran ans Beet kommen dann machen wir das Beet jetzt erstmal hier drüben mit hin so dann jetzt hier erstmal was einpflanzen sehr schön so gefällt mir das hier gibt es dann auch die Schwimmflossen wie viel Holz habe ich noch übrig ja ist schon noch bisschen was dann mache ich nochmal so eine Barrikade dann haue ich die jetzt nochmal mit hier unten rein komm hier noch eine bitte hin ah das Spiel lässt es gerade nicht ganz dazu ne das will gerade nicht dass ich hier noch eine Barrikade mit reinsetze vielleicht mal so vorne hinstellen vielleicht geht es dann ne hier lässt sich gerade nichts setzen oh die Musik gefällt mir gerade gar nicht geh schnell hoch werden wir angegriffen da unten da ist was ja wie lade ich denn die Armbrust nach ich habe doch ah wow ja ich habe hier die Bolzen weg getan ach ja bestimmt ja ich habe die ja vor und weg getan kurz damit wir Platz haben für das ganze Bauzeug gut jetzt schnell hier vor schön auf jeden Fall dass die Armbrust so viel Schaden austeilt komm renn weg sehr gut aber hey immerhin haben die mir was zu essen mitgebracht ja danke an der Stelle auf jeden Fall so wie sieht es eigentlich hier aus so mit Schaden gut gehen wir noch mal kurz ins Baumenü und und Halsbarrikade wieder ausrüsten dann haben wir jetzt hier nochmal Wäsche hin hier in die Ecke so jawoll ey das sieht auch echt toll aus wenn man das hier so schön oben ran setzen kann das macht auch optisch was her auf jeden Fall und ich bin echt happy hier mit unserer Basis das ganze hier muss natürlich jetzt noch weiter ausgebaut werden und so aber ich bin wirklich schon sehr zufrieden mit dem ganzen hier und ich habe ja vorhin schon angesprochen ich möchte dort oben drauf kann noch was bauen ich meine man könnte das ja auch in Zukunft so machen dass man hier irgendwie wie so eine Art Brücke dort rüber macht also dieses Gebäude dann mit einem Gebäude dort oben so miteinander verbindet ihr merkt ich bin schon wieder der kleine Architekt und möchte hier schon wieder meine ganz großen Bauprojekte umsetzen ich glaube dafür kennt man mich mittlerweile auch so gut jetzt muss ich gerade mal gucken lohnt es sich jetzt noch auf Reise zu gehen jetzt in der Nacht wird es halt wieder kalt ja komm wir gucken mal ganz kurz für was kleines jetzt ganz fix nochmal hier unten finden nochmal ein kleines bisschen Metall das Ding ist aber wir haben hier umliegend mehr oder weniger schon alles abgebaut also ist jetzt nicht so dass hier direkt vor meiner Basis noch ein bisschen Metall ist unter Wasser ich guck mal hier kurz nach ok ich müsste hier noch einen Angelköder rein tun sonst fange ich wohl hier auch gar nichts oder vielleicht dauert es auch einfach nur länger und dann kommt mit Zufall irgendwann mal ein Fisch dort rein das kann auch sein aber ich guck mal ganz kurz was nach weil ich glaube ich hatte hier einen ja hier ist ein Angelköder gut machen wir die mal ganz fix dort rein hier einer und hier drüben der nächste so sehr gut da drüben ist wohl schon direkt einer drinnen was da diesen blauen Fisch anzeigt ne Moment nochmal hier rüber ganz kurz ok ich glaube ich habe die Farbe einfach nur geändert nicht mit Absicht gut legen wir uns mal schlafen würde ich sagen ach ich darf immer noch nicht schlafen wirklich jetzt ja als nächstes dann auf jeden Fall diese Schutzwände dort oben weiter ausbauen und dann als nächstes hier Wasserreiniger und sowas noch mit hinsetzen und Grill und sowas und noch mehr Bäter hm ich muss sagen so eine kleine Fackel was ich kann immer noch mit hinhauen hier irgendwo wir könnten ja hier unten die Barrikaden beleuchten damit wir dann hier auch was gut sehen das wäre hier eine Idee ja ich haue das hier unten bei den Barrikaden so noch mit hin denke ich also erstmal hier drüben weil ich meine hier bei den Barrikaden ist irgendwie oftmals mehr los also hier kommen irgendwie die Gegner lieber immer hin ja wir machen es hier so rein perfekt aber da wäre natürlich dann auch interessant zu wissen ob licht auch licht auch gegner anlockt also so mehr licht ich dann hier in der Basis habe ja so mehr gegner kommen die dann hierher ja kommen dann noch mehr her das wäre wirklich wichtig zu wissen weil man muss es ja auch so sehen wenn ich jetzt beispielsweise auch noch oben auf dem gebäude dann ganz viele lichtquellen hin haue vor allem diese hier heller und größere Reichweite steht ja hier auch bei denen da sorgt das dann dafür dass noch mehr Gegner so in der Ferne ja das dann sehen und dann noch hierher gefahren kommen sogar vielleicht noch mit dem Boot oder so kann das dann passieren das wäre wirklich interessant zu wissen weil Boote gibt es ja bisher habe ich zwar noch keins fahren gesehen vor meiner Nase aber ich denke die Gegner kommen einem dann auch entgegen gefahren hm kann ich noch irgendwas bauen mal kurz gucken ne also jetzt gerade geht gar nichts mehr wenn ich hier so gucke ne geht überhaupt nichts mehr hm die Laterne möchte ich mir auch gerne mal noch wohin hängen hier so mal sehen ob ich jetzt schlafen kann gucken wir mal mal nach jetzt darf ich endlich schlafen da freue ich mich aber so ok und jetzt haben wir auf jeden Fall das Hungerproblem immer mehr also ich muss jetzt ganz dringend was essen hm hm wieder hier hinter gehen in den einen Bereich wo wir eben waren ich denke schon oder und dann hoffen dass wir dort was zu essen finden hm wie machen wir es jetzt oder soll ich jetzt erstmal noch hier ein bisschen warten bis wir hier einen Fisch fangen aber das kann ja noch ewig dauern das ist ja so das Ding wir wissen ja nicht wie lange das so dauert hm oder ich esse jetzt den Pilz aber das fügt mir ein bisschen Schaden zu ja so gut das Glas kommt jetzt mal noch mit hier rein der Gummi auch und das Lederzeug auch so sehr gut jetzt will ich mal noch kurz gucken äh speichern ganz kurz sehr schön dann ist wenigstens mein Spielstand hier jetzt erstmal sicher ach ok und auf meine eine Frage von vorhin habe ich jetzt auf jeden Fall auch eine Antwort also Metall spawnen dann auch scheinbar immer mal wieder hier so bei der Basis mit davor ja hier sehe ich es jetzt gerade schon ok das ist auch gut zu wissen ja jetzt gerade ist es auch erst mal wichtiger dass ich irgendwie an Essen rankomme ich brauche dringend mehr Bete dann mal noch mit bei uns ich meine die Netze und so da haben wir dann ja vielleicht auch gleich noch mit was drin ja mal gucken also ich denke die Essensproduktion wird jetzt auf jeden Fall von Folge zu Folge auch immer besser laufen so bei uns kommt das ganz fix noch kaputt hauen und dann schnell nach oben ja ja wobei was haben wir denn hier ok das ist nicht viel Cann Vernal Das ist Deko-Zeugs, aber da sind noch Sachen dabei, die gut was wert sind, scheinbar. Hm, da müsste man auch mal gucken wegen so einem Händler, denke ich. Ich glaube, da vorne wäre vielleicht sogar einer. Da könnte man eigentlich jetzt gleich mal noch fix vorbeigucken, weil vielleicht hat ja der Händler Nahrung. Mit etwas Glück, ja. Hat da vielleicht sogar eine Schusswaffe? Wer weiß. Oh, ist ein Hai über mir? Nee. Ich dachte gerade über mir schwimmen Haie. Schnell nach unten wieder. Hier einmal rein. Komm, ich nehme das Zeug hier noch mit. Oh, oh. Ah, auftauchen. Schnell. Und dann jetzt auf zurück zur Insel, denke ich. Ja, würde ich sagen. Dann tun wir jetzt bei der Insel einmal die ganzen Wertsachen und sowas einpacken und danach gucken wir wegen Händler jetzt noch. Erstmal hier noch mal schauen. Sehr gut, wieder Metall gefunden. Ich weiß nicht. Heuteails? Dann sehen Sie die, oder? Ja, nee. Die, 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 die... und jetzt noch mal ganz fix zu dem beet schauen na wie sieht es hier aus okay ja langsam wächst ja schon was da will ich eigentlich direkt mal noch ein zweites bild mit daneben hauen hier ist es einmal hier daneben gesetzt das ganze einpflanzen einmal und jetzt an die truhe ran und was sind die wertsachen ja die silbermünzen die zigaretten das magazin hier ja und das sind ja deko sachen hier die aber ich denke diese dekorationen können eigentlich auch gut was wert sein deswegen nehme ich die jetzt auch mal noch mit so das passt dann so hier ich gucke noch mal ganz kurz hier hinten ob dort falsch noch mal eine neue erdbeere gewachsen ist hier nicht und hier hier leider auch nicht dafür aber noch mal neues holz gut dann werde ich wohl den einen pilz mal noch essen auch wenn er mir nicht so gut tut wo ist er ja jetzt ganz fix nochmal speichern und jetzt darüber schwimmen und dann gucken wir mal was es dort bei dem händler so gibt auf jeden fall in zukunft will ich ein ganzes fundament voll hauen mit solchen beeten und so weiter das sieht echt toll aus hier also der handels posten hat auch rein optik irgendwie was was mir richtig gut gefällt ja so und hier gibt es sogar noch mal ein bisschen metallkram zum mitnehmen und da wäre auch direkt interessant zu wissen kann man wohl auch so den handels posten ausrauben dass ich jetzt sage ja ich klaude die sache hier sieht man ja auf jeden fall das ganze zeug mit diesen fraktionen und so das finde ich auch recht interessant ja bisher kamen ja da immer die mutanten zu uns die anderen fraktionen haben wir bisher noch nie angetroffen hier ist neue kleidung das ist sogar richtig gut alter das ziehe ich direkt an und das auch mal noch mit anziehen schöne sache was ist das 3d drucker moderne waffenteile brauche ich da ok hier gibt's kram den ich haben will ok jetzt schnell bei dir hier rangehen und dir hier die sachen geben hier nimmt das das passt dann eigentlich jetzt so ja so was zu die verkaufen antibiotika ja das würde ich gerne einmal nehmen obwohl zweimal was haben wir hier noch so einen lungen booster wäre auch nicht verkehrt tauch scooter den hätte ich gerne noch von ihr konservendosen ja da einmal alle bitte her ok so könnte ich jetzt eine abmachung machen hier mit dem tauch scooter ja aber dann kriege ich kein essen dazu obwohl doch so geht es auch noch jetzt aber nicht mehr ich ziehe mal die fackel noch dazu das geht nicht ok machen wir so mit dem deal jetzt denke ich hier abmachung so wunderbar jetzt habe ich hier das essen hau dir das mal rein und hier den tauch scooter den haue ich mir mal hier unten auf die zwei schöne sache jetzt gucke ich mal was wir hier sonst noch so an kram haben ja wir nehmen jetzt mal hier alles noch mit was hier so rumliegt und auf jeden fall muss ich bei der wohl bald noch mal vorbeikommen weil so sachen wie antibiotika und auch diese anderen sachen die so gegen strahlung helfen und so möchte ich ganz gerne haben einfach damit ich den erstmal so in der basis habe ja falls ich dann irgendwann mal probleme mit diesen jeweiligen dingen so habe ja antibiotika habe ich bisher zwar auch noch nicht gebraucht aber ja möchte ich auch lieber auf lager haben da kann man ja dann auch das so noch machen dass man eine ruhe für heilgegenstände macht eine ruhe für munition und so weiter also das alles dann schön noch sortieren so in zukunft so jetzt will ich nochmal bei dir kurz reingucken so eine batterie bräuchte ich mal noch okay die armenbrust soll da nicht reichen aber nur gut kann ich ja da kann ich die verstehen ich glaube ich würde da auch nicht zustimmen eine armenbrust für eine batterie ich meine dieses elektronische zeug ja wird wohl auch nicht einfach so zu finden sein ja gut hier drüben liegt noch mal was rum das holen wir uns noch und danach geht es nach hause ach hier das ist die kleidung vielleicht die kleidung ganz kurz einpacken und der dann mal noch anbieten vielleicht möchte die ja die mal gucken bitteschön dreimal kleidung würde ich ihr geben und was würde sie denn okay antibiotika würde sie dafür nicht geben aber nahrung okay hm das gegen strahlung würde sie auch geben das wäre nicht genug okay gut machen wir den deal noch ja bin ich zufrieden mit perfekt dann bist du mich jetzt los meine liebe händlerin ich werde aber auf jeden fall wiederkommen so viel kann ich versprechen jetzt muss ich das mal kurz gucken in welche richtung ich schwimmen muss in die hier okay so los geht's dann haben wir uns gleich noch ein bisschen was am nahrung rein ja und am liebsten hätte ich jetzt gerade gerne noch die baupläne mitgenommen die baupläne hätten mich schon noch mit gereizt aber ich glaube dafür habe ich zu wenig dabei gehabt so zum anbieten ich glaube für so einen bauplan wie munition und sowas für ein stormgewehr und so ja da reicht das zeug bestimmt nicht was ich jetzt so dabei hatte und selbst wenn ich ein bisschen mehr davon gehabt hätte glaube ich hätte das auch nicht genügt am besten wäre es dahingehend denke ich sowieso wenn ich die baupläne selber finden würde mal sehen wo es auch noch ein paar weitere händler hier in unserer umgebung so gibt weil am besten wäre es dann natürlich auch wenn ich jetzt demnächst mal noch einen händler finden würde der waffen hat ui ok jetzt bin ich ganz voll na super jetzt kasse ich gleich auch noch mal schaden hier uuuu no 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 schnell rüber wie sieht es hier aus nichts drin ok und erdbeeren na was ist mit euch ok die kann ich sammeln endlich muss nur kurz gucken wegen plätzen und so hier tue ich mal ganz kurz den schokoriegel rein zwei dosen hier esse ich mal und dann mal hier rüber noch die anderen das kommt auch hier rein perfekt die erdbeeren denke ich hauen wir uns auch nochmal mit dem schlund so das ist dann jetzt erstmal das voll ja natürlich gesundheit leider noch nicht ganz voll wieder aber kämpfe kann ich ja auch etwas vermeiden weil ich habe ja die armbrust und unter wasser muss ich halt einfach nur darauf achten ja dass ich nicht zu nahe komme den haien so jetzt gucken wir hier kurz nach wo habe ich meine kleinen wände hier sind sie metall rüstungspalette halt moment bevor ich die hin haue mache ich erstmal die pfeiler hier hin also die säulen no hier wollte ich keine hin haben halt wie ging das nochmal ich habe doch da schon gesehen dass es da irgendwas zur auswahl auch noch gibt zum abreißen von sachen ach jetzt finde ich es nicht ja da muss die eine säule jetzt aus mir bleiben halt war da nicht ein hammer oder sowas hier irgendwo ich spiele halt momentan so viele survival spiele da ist es mal schon schwierig sich die unterschiedlichen sachen von den spielen so zu merken bei manchen survival spielen gibt es einen hammer zum abbauen bei manchen ist es wiederum ein anderes menü und so weiter nun gut so metall rüstungspalette komm her zurück zum 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, das haut jetzt hier alles erstmal so hin Jetzt kommt dieses Wasserreiniger-Teil hier hin, denke ich Ja, so hier Und dann würde ich hier ganz gerne eine Wand hinbauen Geht das hier trotz des Pfeilers? Ach, das geht ja trotzdem noch, okay Gut zu wissen Dann stört das sogar nicht mal so sehr Gut Hier brauche ich jetzt einen Eimer Alles klar Ich brauche mir hier Holz rein Was brauche ich denn für einen Eimer? Hier haben wir den Eimer mal kurz hier unten ausrüsten Hier gibt es jetzt auch wieder neues Holz Und Eimer nehmen und fülle ich den jetzt auf Ach, jetzt steht hier was da, okay Sehr gut Jetzt bringe ich das Wasser mal hier hoch Einmal hier reinfüllen das Ganze Fünfmal kann ich das Ganze hier machen, okay Gut, machen wir direkt fünfmal Ich mache das direkt einmal schön voll dort oben das Ganze Ja, das sieht doch jetzt richtig gut hier so aus Ich glaube solche Wände machen wir hier auch noch mal so lang Und das reicht dann jetzt Andererseits Ich könnte eigentlich direkt schon wieder weitermachen hier mit dem Wasser Ja, direkt mehr jetzt holen Denn hier die Produktion läuft hier gerade richtig gut Und ich glaube Trinkwasser hat man dann hier eigentlich jedes Mal genug Also mehrere von diesen Dingern braucht man dann denke ich gar nicht mal Okay, und hier ist was zum Abreisen Ja, also hier ist es auch der Hammer Hier steht es, wird zum Reparieren und Abreisen von Gebäuden verwendet Gut Ich würde ganz gerne jetzt mal nochmal nachgucken wollen hier unten Ob ich nochmal ganz fix ein bisschen Metall finde Na, haben wir hier jetzt nochmal ein bisschen was Kurz hier runter paddeln Ja, da vorne Da sehe ich wieder Metall Gut, das wollen wir uns noch Und dann bauen wir nochmal so zwei, drei Wände denke ich Aber dann machen wir auch Schluss Weil die Folge hat nämlich schon wieder so eine kleine Überlänge Aber das musste jetzt auch einfach mal sein Ja Weil Ich auch einfach mal vorankommen wollte hier Mit dem Bau Von der Basis Und vor allem auch da die letzte Folge auch schon ein bisschen zurückliegt Ja Aber dahingehend will ich sowieso auch schauen, dass das Spiel jetzt ein bisschen regelmäßiger kommt noch Also Sankelen soll auf jeden Fall täglich am liebsten laufen Ja, so hätte ich es gerne Muss halt gucken, ob ich es zeitlich so hinkriege mit den anderen Projekten noch dazu und so weiter Da drüben ist nochmal Metall Und auf jeden Fall will ich auch mal noch eine Erkundungsfolge machen Wo wir dann ganz weit in die Welt hinaus schwimmen Das steht jetzt auch noch an, Berlt Ich würde sagen, wir haben jetzt genug gesammelt Ja Wir haben nochmal 23 Metall eingetütet Jetzt hier rüber wieder Und was die Fangnetze betrifft, da muss ich auch noch mehr hier hinsetzen Schnee hoch Sehr gut Jetzt die Wand auswählen Halt, das ist die falsche So eine mit dem 45 Grad Winkel will ich hier nicht haben Hier könnte man natürlich auch eine mit Fenster hinsetzen Ich glaube wir machen hier eine mit Fenster hin So hier Wunderbar Ja und hier weiß ich ja noch nicht, ob ich das hier noch ein bisschen weiter ausbaue Ich denke aber nicht Ich denke hier bauen wir das Ganze dann eher erstmal höher als nächstes noch mit aus Und dann irgendwie dort drüber so bauen das Ganze Apropos, wie sieht es aus mit Treppe Ja, wo machen wir die hin Das ist auch noch mit so Ein Thema Hey Ich kann die nur hier unten platzieren, okay Nee, da unten soll die eigentlich nicht ran Hier kann ich das nirgendwo so hinsetzen, wie ich es möchte Oder ich müsste das hier mit Leiter machen Das ginge natürlich auch Hm Um da dann höher zu kommen Das wäre da so die Option Aber eigentlich finde ich das mit Treppen schöner Ja natürlich braucht das wenn dann mehr Platz Muss man auch damit betrachten Das darf man halt auch nicht vergessen Schade, dass ich jetzt gerade nicht noch genügend Material in hier habe Ich würde jetzt gerade eigentlich gerne noch so einen Grill mit hier hinsetzen wollen Gut, mache ich jetzt wenigstens nochmal so Stacheldinger hier hin Hier auch nochmal dort so das ransetzen Sehr gut Ja, das passt dann jetzt alles hier so Reichen noch ein paar Materialien für noch eine Fackel Na, da brauche ich nochmal Holz Aber vielleicht finde ich da ja nochmal ganz fix hier vorne was Mal sehen Nee Doch Sehr schön Wie sieht es hier aus Die kann ich schon wieder ernten Sehr gut Jetzt einmal die Fackel nehmen Und die hier unten noch mit hinsetzen Die haben wir hier vorne so mit rein Komm Hier durch Ja und Hier so hin Perfekt Hier kann ich nochmal neues Holz mit reinhauen Muss aber jetzt gerade nicht sein Aber Was ein Muss ist Das hier drüben Ja Ich muss hier einmal ran Und So Schluck getrunken Sehr schön Gut Dann machen wir jetzt Schluss Leute Lasst ein Däumchen da Und bis zum nächsten Mal Tschüssi Und bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020